Oh. Ja. 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 Noch ein Team Deathmatch. Von uns. Lamo Dv. Ich nehme die Ta- Äh, ich auch wieder. Okay. Jetzt kommt bestimmt gleich ein Noob Tube direkt am Anfang. Ja, wir müssen uns noch schnell weglaufen. Weglaufen! Okay, nicht sinnlos im Kreis. Drehen, weglaufen. Irgendwie schwindelig. Wo muss ich hin? Da. Ich bin hinter dir. Ich klebe an deinem Hinterteil. Geh, ich renne hier weg. Ich hab keinen Marathon. Das hab ich immer drin. Ich brauch das irgendwie. Ich kann das nicht haben, wenn der Mann heißt. Das ist wie eine Droge. Ja, wenn der laufen soll, dann soll er laufen, dann soll er nicht immer. Oh Gott, da liegt einer. Oh, da waren es mal auf anderen Seite. Alter, beide Blamme und die Mets wurden aufgeteilt. Hahaha. Was zu mir immer da. Ja. Auch mein Gott. Ich wollte schön Noskopen. So, jetzt mal zurück zum Marathon. Ich kenne sich an, wenn er einfach wieder anhält. Schlimm ist das. Ja, mittlerweile kann ich damit leben. Es war scheiße, aber... Naja. Wie man da für andere Vorteile rausziehen kann aus einem Perk. Wieso nicht? Ja, welches hast du denn? Ja, immer noch ruhige Hand vor. Ja, das vergiss ich doch schon wieder. Ja. Ist doch nicht schlimm. Aber... Braucht das nicht ruhige Hand vor allem. Dafür gibt es ja die Zielverrichtung. Ja. Aber in manchen Situationen ist es auch echt schon sinnvoll. Menn ich mal. Okay, da war jemand hinter dir. Der kämpft. Hardcore-Camp. Oh, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, krrrr. Boah, mit der Spaß daneben geschossen. Also nicht ich, sondern der andere. Oh, da kommt einer auf dem Flugzeug rum auf dem Flügel. Ist tot. Da unten ist einer. Da ist noch einer. Oh, und von hinten kommt auch noch einer. Ich hab einen gesehen. Der war AFK oder so. Dann kam einer vor mir mit dem Sniper und hinter mir einer mit der Spaß. Oh, das ist Spaß. Das ist so überpowert. Ah, aber du hast noch gesagt irgendwann mal, du findest das gar nicht so schlimm. Ja. Aber ist trotzdem überpowert. Das ist Tatsache. Ja, das ist wohl so. Oh, hier. Dafür habe ich jetzt wohl gar nicht gebraucht. Einer vor mir. Abgeschossen. Und dann kam direkt eine Auberkurve. Und den habe ich dann außer Hüfte aufgeschossen. Da oben. Da oben sind welche. Ah, ich wurde geblendet. Tot. Oh, dann wird das mir das Leben gerettet. Ja, ich weiß. Das würde ich nur unnötig machen. Oh, da ist eine Granate. Warte, 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 warte. Das war eine ganz schlechte Idee, da hochzugehen. Ja. Aber was willst du tun? Oh nein, der Kind doch. Ich will da nicht hochgehen, aber ich will da doch hochgehen. Oh yeah, schon wieder. Wohlgehand, aber da wurde ich gepinnt. Was? Ich wurde genagelt. Okay. Gepinnt. Ja, egal. Nee, das musst du jetzt erklären. Ähm, angefimmt, die an seine Wand. Dann genagelt. Ach, egal. Das war einfach eine Wortschöpfung von mir, ja. Wenn du das nicht abkannst. Nein, du kannst das nicht. Das ist lieber. Verlasse bitte die Lobby. Nee. Ja, dann wird jetzt mal was von dir. Ja. Ich war's. Oh. Aber ich bin ja auch noch da. Schon wieder Spaß, Alter. Ich, 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 du bist kalte Kotzen. Kalte Kotzen? Nutzend, erklär das bitte. Nutzend. Das ist, wenn du so angepisst bist, dass du schon kotzen könntest. Ah, du bist so kalt. Weil das, weil das Kotzen ist nicht so, dir geht's schlecht, sondern du bist stinkear. Du gehst deine ganz Wut in den Kopf, nicht in den magen, das sind die Kotzen nicht mehr gewähmt und du kannst kalt kotzen. Ha. Ja. Das wusste ich nicht. Jetzt weißt du, Alter, die campen hier alle. Oder den Harry. Ach, die kennt man alle, aber ich habe einen Hauri. Alter, ne? Entschuldigung, Entschuldigung. Setzen wir ein. Oh, angekillt. Komm, schießen ihn kaputt. Doppel Entschluss. Ja, ich weiß, aber ich muss nachhören. Ich habe ihn gekillt für dich. Das ist noch einer. Oh, du bist so schlecht. Du. Ja, ich weiß. Thermal. Thermal? Nein, der andere. Oh ja, Rafika. Ich habe mir jetzt eine AK von dem Gegner geklaut. Und die Sprache von dem Sniper. Oh, den habe ich in den. Ich gucke zu oft auf die Karte, ey. Da renne ich den so in den Arm. Das ist unglaublich. Oh, ich habe mir einen Sniper gefällt. Oh, das ist nicht schon ein guter Abstand. Hier. 4.000 Punkte mehr. Alter, doch, das ist gut. Nicht hol mal mein Feld. Oh, ich habe noch eine Predator. Nice. Oh, Doppelabschluss. Oh, da kriege ich hier so eine Doppelhilfe, so ein bisschen assist. Oh, gar nicht. Oh nein. Ich hätte sie wegwerfen können. Oh, der war hinter uns. Der war auf diesem Vorsprung ein Sniper. Aber da waren so viele. Da habe ich einfach reingefeuert. Einer habe ich auch gut tötet. Oh, nach dem Doppel. Komm, nach dem Doppel. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Wo sind sie? Oh, leil. Ich glaube mir, dein Payfloating geht. Ich kriege zu viel. Hehehe. Messer. Alter, Labor einer Spitze. Oh, ich bin der Einzige der Zehner aus unserem Team. Einzige? Ich glaube, egal. Ich habe ich kaputt gemacht. Du bist ganz erster, dann bin ich zweiter in der Gesamtwertung auch. Naja, okay. Geil. Auf? Richtig. Jawohl. Richtig. Du bist ganz erster, dann bin ich steimlich. Ach. Ich bin der Einzige, ich bin der Einzige der Zehner. r